hallo herzlich willkommen zu den 200 abonnenten zum beispiel die 100 aber inzwischen die 100 aber nicht wahrscheinlich passt dann denke ich das solche rechts und da hat nicht weiß egal ja ich habe kleine special wieder vorausgeber bereitet und zwar jetzt wieder darum wieder das gleiche wie das 100 special von meinen jern dummes pack finde ich eins und jetzt ist jetzt ist fertig komplett wenn man finnisch 2 in 100 special habe ich die finnisch 1 euch gezeigt dass in den verlinken download und es wird auch heute verlinkt download also das ist jetzt kommt alles fertig wir haben jetzt nicht so viel getan aber ihr seht hier ist die schwert schwert ist auch ganz geil also und wir haben die bogen eigentlich die bogen ist ja das gleiche aber die haben sie bis jetzt aus da sieht man ein bisschen rot und gelb und grün und dann sagt und hier haben wir hier die eine schaufel und die spitze und für die stein schwert werkzeug diese wichtig auch so gut aus und die eis die also werden sie sehen auch ein bisschen besser aus ich habe auch bei hier bei der rüstung habe ich nicht auch nicht gerne wenn ich obwohl ich glaube so dass wir wieder also wenn ich das jetzt anziehen und so dann kommt nur trotzdem schwarze rüstung ist jetzt ist jetzt nicht schön immer noch der schwarz schwarze rüstung die man immer noch sehen aber bei den items sieht es besser aus als bei der rüstung anzuziehen die können vielleicht in den nächsten fünf drei bleiben müssen egal bei den schwertern sieht es auch ganz schön aus wenn ich bei den einzelnen schwarzer sieht man dass es ein bisschen blau ist und rot das immer noch ein bisschen dunkel ist ein bisschen stein und bis also und den diamantischen die manche hat ist so ein bisschen ähnlich gleiche wie die mob packs die habe ich ein bisschen verändert ausgerufen gemacht so wissen und die nahrung von äpfel goldäpfel um die op also die normalen sind ja auch beide jetzt müssen verbessert weil die waren ein bisschen schlecht platziert doch die opf ist okay so jetzt kommen wir zu den drohen also bei der drohen habe ich ein bisschen fehler gemacht und ja sie man ja die h ich habe ein bisschen nicht gut platziert ich habe ein bisschen schlecht ich zeige es euch hier so na gut das geht ja aber wenn man mit schwerter hier dann sieht man dass es bisschen schief ist aber das geht noch hoffentlich wenn du mir da hoch gibt ja da sie da bin ich hier und ja wenn ich hier ein weil ich gucke und das ist ja noch ein fehler dazu ich wenn ich ein tour mache dann sieht man das ist mein skin hier steht und das ist ein bisschen fehler oder habe ich ein bisschen scheiße aber bei den werkzeugen sie das ich habe die einfach suche macht so typisch und das bin ich hier oben und so habe ich ein bisschen lau gebracht und sieht man das ist ein bisschen besser aussieht und bei den ofen man sieht man wenn man oben fertig ist zeige ich an das ist alles gebraten ist und so das ist aber es uns dann nicht gerne sind aber ich muss ja auch nachgucken also bei ob sie dann hätte ich lieber auf die ob sie da von den norm auf den normalen tätschel weg also ich glaube das war erst mal die ganze sache es war jetzt es war auch ein bisschen wenig aber ihr könnt euch download ich schick das solche video schreiben ja wenn es euch gefallen hat dann lasst keine bewertung da ich hoffe ich hoffe ich bedanke euch für dieses team also es wird in den nächsten tagen ein bisschen mehr videos reingebrüche wir werden ich habe ein bisschen mehr videos rein packen oder auch halt nicht wenn euch gefallen hat dann daum hoch falls ihr mein täglich zwei so toll findet dann könnt ihr das euch downloaden in der video beschreibung dann könnt ihr das gerne spielen das ist so ein viel besser als die erste für die scheiß schönen tag und ich bedanke mich für die zwei zum beispiel von euch ich bedanke mich recht sehr ihr seid echt die größen kann mir die nicht jemals in meinem leben gesendet tschüss 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 ich habe nur eine sache vergessen wenn ihr in game mode 0 seid dann sieht es geil so aus so habe ich das schon gemacht und hier auch ein bisschen schwarz so sieht das ganze aus ähm ja so ist das kostung ja ist ein bisschen verbessert jetzt mit schwarz dunkel weiß ein bisschen ja das ist mein logo und das finde ich richtig besser also jetzt aber tschüss 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 tschüss